Hallo miteinander, in dem heutigen Video zeige ich euch sechs Merkmale oder Eigenschaften guter SAP Berater. Ein guter SAP Berater sollte über eine Kombination von technischen, funktionalen und zwischenmenschlichen Fähigkeiten verfügen. Hier sind einige Merkmale, die ein erfolgreicher SAP Berater aufweisen sollte. Technisches Verständnis SAP Berater sollten ein tiefes Verständnis für das System haben, mit dem sie arbeiten. Sie sollten mit verschiedenen SAP Modulen vertraut sein und in der Lage sein, kundenspezifische Anforderungen zu erfüllen. Sie sollten auch über Kenntnisse in der Programmierung und im Datenmanagement verfügen, um Anpassungen und Integrationen durchzuführen. Problemlösungskompetenz Ein erfolgreicher SAP Berater muss in der Lage sein, Probleme schnell und effektiv zu lösen. Berater sollten komplexe Situationen analysieren, um Lösungen zu finden und gleichzeitig die Interessen des Kunden und die Zeitpläne des Projekts im Auge zu behalten. Analytische Fähigkeiten SAP Berater sollten mit großen Datenmengen umgehen können. Sie müssen analysieren und interpretieren, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Sie sollten in der Lage sein, Daten zu sammeln und zu organisieren, um Trends zu identifizieren und Empfehlungen zu geben. Kommunikationsfähigkeit Ein guter SAP Berater sollte in der Lage sein, technische Konzepte auf verständliche Weise zu erklären. Sie sollten effektiv mit Kunden und Kollegen kommunizieren können, Kundenanforderungen verstehen und umzusetzen. Projektmanagementfähigkeiten SAP Berater sollten Projekte effektiv planen und verwalten. Sie sollten in der Lage sein, Fristen einzuhalten und sicherzustellen, dass Projekte innerhalb des Budgets bleiben. Sie sollten fähig sein, Ressourcen zu verwalten und sicherzustellen, dass alle Projektbeteiligten informiert und auf dem neuesten Stand sind. Kundenorientierung Ein guter SAP Berater sollte Kundenbedürfnisse verstehen, um darauf einzugehen. Er sollte Lösungen entwickeln, die den Bedürfnissen des Kunden entsprechen und sich darauf konzentrieren, einen Mehrwert für den Kunden zu schaffen. Insgesamt sind die Merkmale eines erfolgreichen SAP Beraters eine Kombination aus technischen Fähigkeiten, Problemlösungskompetenz, analytischen Fähigkeiten, Kommunikationsfähigkeiten, Projektmanagement-Fähigkeiten und Kundenorientierung. Wenn ein SAP Berater diese Fähigkeiten beherrscht, kann er ein wertvoller Partner für Kunden und ein wertvolles Mitglied eines SAP Beratungsunternehmens sein. Vielen Dank fürs Zusehen, abonniert meinen Kanal und lasst mir einen Kommentar hier. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.